Hör zu, hör zu, hör zu! Hier war eben eine Dame von mir. Komm mal hoch an die Aktion. Das war eben eine Tuschel, die kam von einer gewünschtes Publikum auf dem Chat. Der heißt, du hast eine Tuschel, die kam von einer gewünschtes Publikum auf dem Chat. Der Chat von, von der Dame hier vorne, kommt vor der Bühne, der soll sich später mal hier vorne einfinden. Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil!